Hallo, ich bin Caroline von der Schufa. Hallo, ich bin Caroline von der Schufa. Ah, ich muss erst schubsen, Entschuldigung. Sondern auch als Vertrauensbeweis der Bank in eure Zahlungsfähigkeit. Denn Statistiken zeigen, dass die Nutzung von mehr als zwei Karten zu mehr Zahlungsausfällen führen. Hi, ich bin Caroline von der Schufa. Erst schubsen, dann sagen, Entschuldigung. Wenn ihr euch auf diesem Wege zum Beispiel ein neues Auto kauft. Jetzt war ich so verwirrt von dem Auto. Wenn ihr euch auf diesem Weg zum Beispiel ein neues Auto kauft. Dann testet unseren Schufa Score Simulator. Achso. Und warum ist das so? Ganz einfach. Weil der… Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war ein bisschen komisch, ne? Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie die Schufa eure Bonität berechnet und euren eigenen Score einmal simulieren wollt, dann testet unseren Score Simulator. Und kommt das weiter an. Das war es so ein paar Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achso. Ich bin vaif